Wir brauchen Hilfe. Wir müssen unsere Läden schließen. Ladenschließungen aufgrund böser Coronaviren bedrohen unsere Infrastruktur. Wie können wir den Puls unserer Städte und Dörfer erhalten? Wir wollen den kleinen Unternehmen jetzt helfen, damit es noch ein buntes, diverses Stadtleben und Orte mit Erinnerung nach der Krise gibt. Wir lieben diese Läden. 48 Stunden lang haben 15 Hacker an einer Idee gearbeitet. Wir gegen das Laden sterben. Wir haben eine App entwickelt, die es euch ermöglicht, Läden in eurer Umgebung zu finden und eure Lieblingsläden mit Gutschein oder auch einer freien Unterstützung vor dem Aus zu bewahren. Dabei könnt ihr mitverfolgen, wie durch nachbarschaftliche Solidarität die Geldbeutel eurer Lieblingsläden wieder aufgefüllt werden und den Puls unserer Städte und Dörfer erhalten. Wem das zugute kommt? Uns allen. Denn es geht um nichts Geringeres als unsere Lebensräume und alle, die darin arbeiten. Um den Friseurladen, der uns seit der ersten Locke die schönste Frisur schneidet. Die Bar, in der legendäre Geschichten geschrieben wurden. Die Familie, dessen Kleidungsgeschäft uns bunter werden lässt. Nie gab es einen mächtigeren Stimmzettel. Zeigt eure Ladenliebe. Kauft jetzt ein Stück Zukunft. Seid dabei. Wir gemeinsam für Stadtleben.